Willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Da werden gerade meine Ultralisken fertig. Sehr schön. Und noch ein paar Ultralisken dazu. Und legen wir mal los. Warte mal, haben wir... Was ist denn das da? Ja. Wir müssen ja noch hier Dings suchen. Ähm, warte mal, ich glaube, wir gehen mal da rüber. Wir müssen ja noch hier diese Kristalle suchen. Kriegst du das alleine hin? Ich glaube sogar fast. Ja, ich verstehe. So, komm, geh du mal zurück zu den anderen. Bitte. Da müssen wir mich geheilt. Ich meine, du hast ja auch nicht unendlich Energie. So. So. Fröhliches Sterben? Was ist denn so ein Kristall? Ne. Du hörst halt so den Ding dazu. Vorwärts. Ja. Ich suche jetzt mal so ein Kristall. Fertig. Wenn die irgendwo müssen, die ja sein. Das Ende steht bevor. Eine vernünftige Bitte. Hier, irgendwo müssten die ja sein. Vorwärts. Achso, oder in der Nähe von seinem Tempel. Zum Tempel. Er darf nicht fallen. Beseitigt die Talgarin. Mehrere Hybriden sind unterwegs. Ja. Halt den Schwammstock an, solange dort noch Chaos herrscht. Wir brauchen mehr Vespiengas. Mhm. Ich brauch echt mehr Vespiengas. Sammelt mal schneller. Behalte ihn eine klare Kurve. Zack. Nimm mal zwei, bitte. Wer greift den Schwammstock an? Bisher noch keiner, wie es scheint. Okay. Wir haben einen dritten Tempel deaktiviert. Zwei Tempel sind noch übrig. Er wird schwächer. Kämpf weiter. Nein. Nein. Doch, doch. Er steht bevor. Ja, ich verstehe. Fertig. Das kann dann mal weg. Ah, hier unten ist wahrscheinlich so ein Ding. Schätze ich mal. Ein Artefakt. Ja. Vorwärts. Verlust den Mist. Wir eindringlich genug den Kristall nicht zerstören. Eine vernünftige Biete. Hm. Haben wir denn hier sonst noch irgendwo... Da könnte vielleicht noch was sein. Fertig. Ah, komm, wenn wir erst mal da oder schon mal da sind. Das Ende steht mir vor. Deshalb legen wir euch mal noch fix. Ja, ich verstehe. Vorwärts. Da haben wir sogar noch eine Basis. Eine vernünftige Biete. Bewegt. Wälder. Verteidigt den Tempel mit euren Leben. Vernichtet die Protos jetzt. Die Hybriden sind unterwegs. Wir brauchen mehr Overlord. Mutation abgeschlossen. So, kommt. Vorwärts. Eine einwandfreie Entscheidung. Fertig. Und Feuer frei. Gut, dass ihr doch hauptsächlich mit Bodeneinheiten angreift. Sonst wären meine armen Ultralisken aufgeschmissen. Aber ich hab ja noch ein paar Hydras dabei. Heilhydra und so. Das Ende steht mir vor. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Naja. Ihr macht das schon. Der vierte Tempel ist gefallen. Nur noch einer. Das ist nicht möglich. Ich spüre, wie deine Stärke dich verlässt. Behalt immer einen Artenkopf. So, das Artefakt haben wir. Dann schauen wir doch mal, ob hier noch was ist. Kriegt ihr das platt? Ich glaube nicht so. Okay, dann ziehen wir uns mal kurz zurück. Lass meinen Schössling in Ruhe. Unser Sieg ist gewiss. Beweckung. Fertig. Sparen wir uns die Vollmanni. Immer diese Throwbacks hier. So, hallo Scheusale. Behalt immer einen klaren Kopf. Ja, ich verstehe. Gut, dann schauen wir mal. Hier wäre der letzte Tempel. Mal schauen, ob es hier noch Mineral, äh, quasi diese Artefakte noch gibt. Suchen wir mal weiter nach den Artefakten. Das Ende steht dir vor. Na gut. Ich könnte natürlich auch hier unten mal angreifen. Ja, ich verstehe. Das Ende steht dir vor. Vorwärts. Eine einwandfreie Entscheidung. So, wenn wir schon mal hier unten sind. Unsere Streitkräfte sollten sich darauf konzentrieren, Naruts Tempel zu zerstören. Verstehe. Ach, du bist einfach nur eine Basis, oder? Na, vielleicht ist da oben ja noch ein Artefakt. Das Ende steht dir vor. Verstehe. Alle vernünftigen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Eine einwandfreie Entscheidung. Oder? War hier oben was? Ne, ich glaube, das sieht einfach nur so aus. Ja, ich verstehe. Als ob da was wäre. Okay, dann zieht euch nochmal zurück. Ich habe wieder hier keine Lufteinheiten. Hydras, bitte. Na, ich habe noch ein bisschen was an. Hilfe, sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt doch mal hier rüber. Auf, auf. Da haben wir noch ein Artefakt. Sehr schön. So spät. Wenn ihr was mit drauf hast. Ja, ich verstehe. Eine vernünftige Bitte. So, die Mytra list geht jetzt auch langsam wieder besser. Hier scheint auch wieder eine Basis zu sein. Da muss Naruts Tempel zerstören, um Kerrigan zu helfen. Die Tal'Darim anzugreifen ist keine Hilfe. Eine einwandfreie Entscheidung. Vorwärts. Das Ende steht bevor. So. Abgeschlossen. Fertig. Dann. Da wäre der Tempel. Achso, da ist dann wahrscheinlich das Artefakt, oder? Ich glaube, sonst haben wir hier alles abgefrühstückt. Gibt es hier noch irgendwelche Wege? Hier bin ich noch nicht runter. Okay, hier ist noch das letzte Artefakt. Du hast zwar relativ viel aufgeholt, aber ich denke, wenn wir die letzten Tempel anzerlegt haben, passt das wieder. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Die Kristalle wurden zertrümmert. Ihre Macht gehört jetzt dem Schwarm. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, dann würde ich sagen, wir warten mal kurz. Dass wir den Angriff hier noch weghauen können. Nur heraus damit. Ach, von. Wo kommt ihr? Da. Zerlegen wir euch mal. So, dann wird wieder hochgeheilt. Wir schnappen uns das letzte Stück hier. Naja. So, auf geht's. Masse statt. Klasse in dem Fall. Habt ihr aber halt auch nicht mehr allzu viel zu melden. Vorwärts. Sparen wir uns die Funden. Verteidig den Tempel. Vernichte diese Monstrositäten. Eine große Anzahl Hybride nähert sich. Dies ist unser letzter Kampf. Das wird schon. Fröhliches Sterben. Fröhliches Sterben. Na komm, da habt ihr jetzt absolut nichts mehr zu melden. Kurz zurückziehen zum Heil. Naja, lass die einfach mal kommen. Komm, du bist doch tot. Das Ende steht mir vor. Nein. Das kann nicht sein. Deine Tempel wurden zerstört. Wir haben es geschafft. Die Nutzone hat Narut geschwächt und ihn verwundbar gemacht. Trotzdem ist er das mächtigste Wesen, dem ich je gegenübergestanden habe. Was wirst du tun? Ihn töten. Stell dich, Narut. Es ist vorbei. Dies ist nur der Anfang. Dein Gott ist tot und kehrt nie wieder zurück. Ich bin Gott. Ach, glaubst du wirklich? Nein. Sarah. Nein, du bist nicht er. Du bist nicht, Jim! Du bist ein Nichts! Ich bin alles, was du verloren hast. Alles, was du niemals hattest. Du hast bereits verloren. Amon lebt. Du wirst ihn schon bald sehen. Du wirst ihn schon bald sehen. Du wirst ihn schon bald sehen. Und wir haben alles mitgenommen soweit. Was wäre das? Normal zwei Hybride von 20 Sekunden. Meine Königin, kannst du mich hören? Ich... Lebe. Gerade so. Wir haben dich zurück zum Leviathan geschleppt. Ruhe dich aus. Ich werde den Schwarm führen, bis du geheilt bist. Warum versuchst du nicht, den Schwarm an mich zu reißen, weil ich noch viel von dir zu lernen habe, meine Königin. Genug. Ihr geht es schon besser. Aber sie muss sich ausruhen. Hm, na, der würde ich aber auch nicht so ganz vertrauen. Alles klar, dann können wir hier mal wieder einen Folgenstopp machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.